Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tucki TV und wie man sieht, sieht man nichts. Heute mal ohne Tucki, aber ich bin dennoch nicht ganz alleine hier. Ich habe heute den Florian mitgebracht. Florian, unser Show- und Lichttechniker. Der Florian ist verantwortlich für Licht, Ton, für die Pyroeffekte, für Laser und alles, was dazu gehört. Und wir sitzen direkt hier vor der großen Bühne in der Timeware Station, wo unsere aktuelle Showproduktion Magical Bahnhof der Welten stattfinden wird. So, kurzer Check-In. Genau, vorsichtig. Einmal links. Genau. Setz mal richtig auf. Genau. Setz mal richtig auf. Genau. Das war's. 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 ă cani. Inform aver hamd!